Am Ende so riecht so muah, muah. So kannst du deine Hand geben? Hey Leute, wir sind Jonny und Jakob und wir sind heute mit Filter Germany hier in Köln beim Little Mix Konzert vor der Lanzes Arena unterwegs und picken gleich zwei Fans, die Little Mix all die Fragen stellen dürfen, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Los geht's! Hi, wir sind Jonny und Jakob und wir sind heute mit Filter Germany unterwegs und wir haben ein paar Fragen an euch erstmal. Was ist dein Lieblingssong von Little Mix? Äh, Secret Love Song. Wenn du Little Mix eine Frage stellen könntest, was würdest du fragen? Welcher Song am meisten Spaß macht? Ah ok, alles klar. Perfekt, vielen Dank! Danke dir! Viel Spaß, ne? Ciao! Wie lange seid ihr schon Fans? Ich mein, die Band gibt's ja schon... 2000... Das war schon eigentlich die Gründung, oder? Ja, genau das war ja. Cool. Ist es eigentlich auch krass zu sehen, dass so eine Band in so kurzer Zeit dann auch so groß wird? Ja, ich mein, wir haben die gesehen, da waren die noch im Palladium, so richtig klein und jetzt sind wir so hier und wir fühlen uns so voll stolz. Und jetzt noch eine letzte Frage nochmal an euch. Was wäre eine Frage, wenn ihr sich stellen könntet an Little Mix von euch? Ja. Kann ich euch umarmen? Oh, sweet! Also alles nur Liebe für die, die den Mix? Genau. Immer. Cool. Dann wünsche ich euch viel Spaß, ne? Danke! Auf den Konzerten. Tschau! Auf wie vielen Konzerten warst du schon von denen? Ich war gestern und gestern da und ich war 2017 da und 2016. Du bist doch ein bisschen heiser, oder? Hast aber auch nicht mitgesungen. Wie das ist! So, 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 jeden Tag wie blübsch. Merksam! Ich war auf 2 und das ist das Ding. Cool. Also, dann wird's ja was. Ich würde mal sagen, alle guten Dinge sind 3 und ihr seht heute Little Mix. Das war's mit uns, Johnny und Jakob. Wir haben 2 Fans ausgesucht und freuen uns gleich mega auf das Q&A mit Little Mix. Wenn euch das Ergebnis interessiert, abonniert auf jeden Fall Führter Germany. Lasst einen Daumen nach oben da und seid gespannt. Bis dann! Tschau!